Subway Surfers Aber das wird beendet, wenn ich die rechte Spur berühre So gehts Okay Ich hab sie ja nicht berührt Ich bin nur rüber gesprungen Ich zählte Ich darf auch nichts benutzen Nicht so was wie ein Powerboard Wenn da so ne Wand kommt auf einmal Guck mal Ah ne ich hätte doch kein Problem Ich hab noch die Lücke gesehen Zum Glück Ja guck Was ist das? Zum Glück hab ich den Schuh Äh die Super Sneaker Sonst hätte ich jetzt schon weg gehabt Okay Das Jahr läufts ganz gut Ja Alles clean aus Jetzt hab ich halt ein Problem Ja Ja da hab ich schon das Problem Oh das war stimmt Oh Da hab ich Glück gehabt Nichts recht Okay Zählte sie sehr gut aus sogar Muss ich schon selber sagen Ich hab schon die 22.000 Das ist sehr gut Die sind sehr nützlich bei solchen Challenges Ja guck genau hier werden wir jetzt nützlich gewesen Da hab ich jetzt auch richtig Glück gehabt Was schaffe ich noch? Oh Glück gehabt Jetpack Okay Also in der Luft darf ich jetzt auch nicht die Spur berühren Also ich darf halt nochmal so Ich darf halt shoppen Auf der linken Spur sein Aber ich darf nicht den Boden berühren Also hier so Zugcontainer auch nicht Ich darf halt einfach nicht den Boden berühren Das ist das besondere daran Das ist das besondere daran Ja sieht ganz gut aus Bisher Oh wie viel Glück hab ich Ja ok das wars Ja